ich bin alles in Ordnung und ich bin 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 und alle mit kommt alle mit alle mitkommen und schnitzel machen weil das auch dank der auch trotz der Aufnahme relativ flüssig weil ich habe alles rund bei gedreht alles möglich wenn ich versuche jetzt in dieser Aufnahme zwischen bis auf 30 hoch zu kommen auch mit der Story wir sehen wir gleich noch mal nach Dienst gehen nach Helmut und dann werden wir da wunderschön anfangen zu arbeiten ich werde noch einiges mal alleine aufnehmen einfach weil ich jetzt auch keine Lust habe immer noch zu fragen dass die anderen Blasen und deswegen das ist ähm genau die Kirsbomben nein ich soll es dann können die behalte ich das brauchen sie nicht mehr weil hier sind sie schon drüber gelevelt ähm die Tom und die Tom lädt sich auch an so dankeschön zack 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 O-Ring rein ähm wie war das letzte Schmuckbobel wenn auch bei 219 dann kann ich noch eh bis warten bis sie vorlösen ähm so ähm F und die verkaufe ich gleich mal mhm 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 ja die kann ich auch fahren zumindest ok ähm das haben wir hier ah das ist ein Buff genau gut wja und das ist doch nur noch wunderschöne Frostschnee wunderschöne Frostschnee wunderschöne Frostschnee wunderschöne Frostschnee wunderschöne Frostschnee im Moment absteigen jetzt mal ich werde jetzt auch ein paar Dailies machen nebenbei noch weil ich will jetzt endlich mal vorwärts kommen mit dem Bestes hier Und will schön fest abschieben. Oh man, jetzt kleckt am Schöpeln. Aber jetzt versucht es richtig schön. Ich hoffe, dass wir keine Standbilder hatten. Also nochmal aufnehmen. Ich hab keinen Bock. Da müsste ich die Sachen extrahieren können. Verdammt. Egal. Egal, egal, egal. Ähm, ich versuch mal beim Lager ein bisschen an. Und wenn die Bank aufrunden. Das macht sonst ein bisschen mehr. Wir haben hier einen. Na toll. Da wir keinen Magier aktuell in der Truppe haben. Macht's wenig Sinn, die Sachen noch aufzuheben. Weil wir bekommen so schnell wahrscheinlich auch keinen mehr rein. Also weg damit. Ähm, ja weg damit. Ich muss einfach mal gnadenlos aussortieren. Und das ist für später fürs Problem. Okay, gut. Dann. Jetzt hängt's aber ganz schön. Ich hab' ich noch irgendeine Kupfer als den Fliegen. Ne, da fahr' ich das bisschen nicht weg. Ja. Oh, den Ehrstein kann ich noch was kriegen. Ja. Ja. Kann ich mir jetzt das Kupfer als das Fliegen macht. Ja. Hm. Hm. Wie sieht mal die jetzt aus. Oh, der sieht eigentlich relativ kalt aus, oder? Hm. Ja. Er sieht einfach so schön aus, hm. Muss ich mal zugeben. Der sieht einfach gut aus. Wie fängt man das durch? Ein Moment, ich sehe. Muss man was machen. Hm. Habe ich noch Transformationstränge für Kostüme eigentlich da? Ja, hab's guuuut. Und dann sind die Kostüme. Da werden wir jetzt gleich auf Taloson umsteigen wieder. So, da sind sie weg. Obwohl wir besser sagen, da war ich gar nicht. Das ist der Kostüme. Kann ich dann doch alles kosten. Ah. Sieht mal unten aus. Fast doch oben, wenn man das ist, dann kommt es gut. Oh, dann werde ich die blauen Zinken. Oh, dann werde ich die blauen Zinken. Wuppe in der Nähe Zeit? Oh. Ich hab's hier echt schlecht und dass du mir im Bade gespielt hast. Ich hab's nicht Ich hab dieses Geschwister in der Nähe Böhm mit den Türen. Oh, sag ich. Was, ich hab, das letzte Kostüme. Oh, sag ich. Ich hab's nicht gewonnen. Ich hab's nicht gewonnen. Was, ich habe. Das ist, man, war ja. I, das noch nicht welche. Ich habe nicht gewonnen, die Kostüme. Was, ich habe nicht gewonnen. Ich habe ein paar. Oh Gott, das hängt gerade ganz schön. Sieht aber auch episch aus, Leute. So, weitermachen. Mütze. Jo. So. 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 hier ist der Kwarzer besser aber aufgepackt ehrlich gesagt wegen so jetzt hab ich auch noch mein Ziel ein paar Bestimmungen zu machen auch erfüllt hatte ich mir schon länger mal vorgehalten so so dann kommt auf jeden Fall nur das hier rein das hier das hier passt auf kein Ronan geh mit hinein das hier ja ich bin auch mit der S1 ich sag oooookay hm dann würde ich sagen ist doch alles du genau ritziger Hussi hehehe wow mein so gut aus ey so gut aus ey das hängt schon wieder so ekelhaft So, wie ist die Wart? Ich mache hier nochmal die gleichen Fehler. Charakterextrahierung. So. So. Alles extrahieren. Okay, das ist besser. Und C. Potion B-Kette. Au. Fänger, jetzt könnte ich die besser werden. So. 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 Wir haben einen grünen Schab mit... Nein, ja. Verkauf mir dann... ...eine Samenteuer. So, als erstes... ...das hier verkaufen. Das hier verkaufen. Oh, wofür komm ich noch? Erstmal sortieren jetzt mehr. Oh, hier sieht doch schön viel Platz im Dach. Und ich mag das Rucksack auch noch mal sortieren, weil ich hab auch was schönes, das ich glaube, im Glauben heute bekommen. Nämlich diese schönen... ...befährten-insignen. Hm... ...die Dach-insignen, entschuldige. Ja. 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 Ja! Ja. 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 Na... Sachen kann man erweiterungen, wäre eine Idee. Okay, jetzt weiteres, ein ATT. Ganz schön. Ein paar Angeln haben wir jetzt schon gemacht. Erweiterungen. Okay, nächstes ist alles dabei. Kostüme. Da könnte ich mich jetzt drin verlieren. Kostümenteile. Ich habe einen Kostüme. Ich hätte einen Kostüme. Wie ist denn das? Ich bin ich schon lege. Wenn die Kostüme. Ich habe einen Kostüme. Ich habe einen Kostüme. Das sieht nicht so klobig aus. Die habe ich sogar, die Brustplatte. Die habe ich sogar vor anderen Schaumliegen. Oder ich nehme natürlich die Sirafenbrustplatte. Ich beende hier mal die Aufnahme. Jetzt haben wir ja nicht viel gemacht in der Aufnahme. Außer wir haben Kostüme gemacht. Das wollte ich scheinbar sein. Knuts Kostüme oder so. Ich werde gucken, weil ich noch auf den anderen Schaumliegen habe. Und dann mache ich wieder eine Aufnahme. Und bis dahin. Macht's gut. Euer Knut. Ciao. Danke.